Freunde, heute ist eine ungewöhnliche Veröffentlichung. Eine echte Sensation. Wie wir bereits wissen, hat derselbe Schütze Thomas Matthew Crooks, der im Wahlkampf versuchte, Donald Trump zu ermorden, das Internet nach der Prinzessin von Wales durchsucht und Bilder von Kate Middleton auf sein Telefon heruntergeladen, bevor er ein Attentat auf erstere verübte US-Präsident, so berichtete das FBI. Heute wurde bekannt, dass der mutmaßliche Mörder von Donald Trump Online-Informationen über die Prinzessin von Wales recherchiert hat, bevor er versuchte, den ehemaligen Präsidenten zu töten. Thomas Matthew Crooks hat Fotos der zukünftigen Königin heruntergeladen und als Ergebnis der FBI-Analyse seiner beiden Telefone und seines Laptops wurden diese Informationen bestätigt. Die US-Polizei entdeckte seine offensichtliche Zuneigung und sein starkes Interesse an dem britischen Königshaus, nachdem sie sein Haus durchsucht und alle seine elektronischen Geräte beschlagnahmt hatte. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Angriff selbst letzten Samstag in Pennsylvania auf einen US-Präsidentschaftskandidaten verübt wurde. Laut National Public Radio hatte der 20-jährige Schütze Bilder der Prinzessin von Wales auf seinem Handy. Quellen, die den Ermittlungen nahestehen, bestätigten dies und meldeten es den Medien. Crooks suchte nach Informationen über den 42-jährigen Royal und recherchierte auch nach Informationen über Donald Trump, Präsident Joe Biden, FBI-Direktor Christopher Wray und US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland. Es ist nicht klar, warum Crooks nach Kate suchte, der einzigen nicht-amerikanischen Frau in der Personengruppe, die in seinem Internet-Suchverlauf gefunden wurde. Das FBI lehnte eine Stellungnahme ab, als es von den Medien kontaktiert wurde. Auch Kensington Palace lehnte eine Stellungnahme ab. Sie werden sie bitten, nichts zu sagen und irgendwie zu kommentieren. Es ist erwähnenswert, dass sich Mitglieder der königlichen Familie niemals zu Sicherheitsfragen äußern. Oder gibt es hier noch etwas anderes? Die Prinzessin von Wales hat dieses Jahr nur eine begrenzte Anzahl öffentlicher Auftritte absolviert, da sie sich einer Behandlung zur Genesung unterzieht. Und bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass Crooks eine Reise nach Großbritannien geplant hatte. Oder war er vielleicht auf der Suche nach ganz anderen Mitgliedern der königlichen Familie? Wer lebt gerade in den USA? Ihr letzter öffentlicher Auftritt fand am 14. Juli statt, einen Tag nach der Ermordung von Trump. Sie erhielt Standing Ovations, als sie die Royal Box in Wimbledon betrat. Ich habe dazu ein Video gemacht, den Link lasse ich in der Beschreibung dieses Videos. Die Prinzessin von Wales gab im März bekannt, dass sie an der Krankheit leide und sich seitdem einer vorbeugenden Chemotherapie unterziehe. Das Interesse von Crooks an ihr wurde jedoch deutlich, als das FBI seine beiden Mobiltelefone und einen Laptop durchsuchte. Es gibt viele Fragen. Warum braucht Brooks Kate Middleton? Es ist immer noch schwer zu verstehen. Was denken Sie? Ich habe noch nicht einmal irgendwelche Vermutungen. Es gibt jedoch Überlegungen, dass seine möglichen Ziele völlig andere Mitglieder der königlichen Familie waren. Vielleicht. Es ist jedoch nicht klar, ob dies wahr ist oder nicht. So fanden Experten in seinen Gadgets heraus, dass er nach Terminen für eine Trump-Kundgebung in Butler, Pennsylvania suchte, wo er schließlich ein Attentat verübte. Aber wir fragen uns, wie Kate Middleton zu seiner Suche kam? Zufall? Die Ermittler sagten in einer nicht-öffentlichen Besprechung mit den Gesetzgebern, dass der Schütze auch nach Terminen für den Democratic National Convention suchte. Sie fanden auch Fotos von Biden und Trump in den Materialien von Crooks. Es lohnt sich, ein wenig darüber zu sprechen, wie Crooks als Assistent eines Ernährungsberaters im Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center arbeitete, wo er ältere und kranke Menschen, die aus dem Krankenhaus entlassen wurden, mit Mahlzeiten und Pflege versorgte. FBI-Beamte sagten bei dem Briefing, dass Crooks Suchhistorie darauf hindeutet, dass er ein starkes Interesse an berühmten Persönlichkeiten habe, wie an dem Gespräch beteiligte Quellen bestätigten. Nach dem Attentat auf Herrn Trump schrieb König Charles einen Brief an den ehemaligen Präsidenten, der von der britischen Botschaft in Washington überbracht wurde. Es sei daran erinnert, dass Charles 1994 sein eigenes Attentat überlebte. Der damalige Prinz von Wales hielt in Sydney eine Rede bei der Zeremonie zum Australia Day, als ein Schütze zweimal auf ihn schoss. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine mit Platzpatronen geladene Startpistole handelte. Gestern Abend stand der US-Geheimdienst vor ernsthaften Fragen. Wie konnte ein Schütze so nah herankommen, um das Attentat auszuführen? Geheimdienstdirektorin Kimberly Cheadle wurde am 22. Juli zur Aussage vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses vorgeladen. Ihr droht der Rücktritt! Laut einem hochrangigen Polizeibeamten gingen gestern Abend Informationen ein, dass die örtliche Polizei einen Mann entdeckt hatte, bei dem es sich vermutlich um Crooks handelte, der sich in der Nähe der Metalldetektoren an der Absperrung verdächtig verhielt. Das FBI sagte, der Schütze Thomas Crooks, im Bild, habe bei der Planung des Mordes die Identität des Mitglieds der königlichen Familie ermittelt. Am Samstag wurde Donald Trump mit blutigem Gesicht gesehen, nachdem er angeschossen wurde. Ein 20-jähriger Mann wurde kurz nachdem er das Feuer auf Trump eröffnet hatte, von Scharfschützen des US-Geheimdienstes erschossen. Es bleiben jedoch wichtige Fragen offen, warum er nicht früher entdeckt wurde. Laut CNN-Quellen wurde eine Funkwarnung an die Beamten gesendet, um ihn im Auge zu behalten, und die Informationen wurden an den Geheimdienst weitergeleitet. Ungefähr fünf Minuten, nachdem Donald Trump zu sprechen begann, versuchten Passanten auch, die Polizei auf eine Gestalt aufmerksam zu machen, die mit einem Gewehr auf einem nahegelegenen Dach kroch. Wir haben einen Kerl gesehen, der im Militärstil, im Bärenstil, auf dem Dach eines Gebäudes neben uns krabbelte, 15 Meter von uns entfernt, sagte Greg Smith der BBC. Wir haben das Gewehr deutlich gesehen. Wir zeigen auf ihn. Die Polizei rennt da unten über den Boden. Wir sagen, hey Mann, da ist ein Typ mit einem Gewehr auf dem Dach. Und die Polizei weiß nicht, was los ist. Herr Smith sagte, er habe versucht, die Behörden zu alarmieren, sei jedoch davon ausgegangen, dass sie den Schützen aufgrund der Dachschräge nicht sehen könnten. Ich denke mir, warum spricht Trump immer noch? Warum wurde er nicht von der Bühne entfernt? Und als nächstes fallen fünf Schüsse, sagte er. Ein anderer Augenzeuge, Ben Macer, behauptete, einen Mann gesehen zu haben, der von Dach zu Dach ging. Ich habe dem Beamten gesagt, dass der mutmaßliche Schütze auf dem Dach war. Die Teilnehmer der Kundgebung mussten Metalldetektoren passieren, um sicherzustellen, dass sie keine Waffen bei sich trugen. Der Schütze blieb jedoch außerhalb der Sicherheitskette, versteckt auf einem Dach 433 Fuß von der Bühne entfernt, was Fragen zur Größe des Umkreises und zu den Räumungsmaßnahmen in der Umgebung aufwirft. Der frühere FBI-Direktor Andrew McCabe sagte gegenüber CNN, eines der grundlegenden Elemente der Standortsicherheit ist die Beseitigung der Sichtlinie zu dem Ort, an dem die zu schützende Person ihre Arbeit verrichten wird. Wenn Sie sich diese Karte ansehen, sehen Sie, dass sie deutlich zeigt, dass sich die darauf befindlichen Gebäude eindeutig in Schussweite befinden. Das Gebäude, von dem aus der Schütze schoss, lag außerhalb des Bereichs der Kundgebung und wurde daher von örtlichen Strafverfolgungsbehörden und nicht von Agenten des Geheimdienstes bewacht, sagte der Sprecher der Agentur, Anthony Guglielmi. Die Kundgebung sei von vier Scharfschützenteams überwacht worden, zwei vom Geheimdienst und zwei von der örtlichen Polizei, fügte er hinzu. Der republikanische Abgeordnete Mike Turner aus Ohio und Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses sagte, ich halte das für sehr bedauerlich, weil wir glauben, dass unsere Präsidenten oder ehemaligen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten das höchste Maß an Schutz genießen. Mike Walls, republikanischer Abgeordneter aus Florida, sagte auf Channel Herr Guglielmi, sagte jedoch, es gibt eine falsche Behauptung, dass ein Mitglied des Teams des ehemaligen Präsidenten zusätzliche Sicherheitsressourcen beantragt und diese abgelehnt haben. Das ist eine absolute Lüge. Tatsächlich haben wir im Rahmen des erhöhten Tempos der Kampagne defensive Mittel, Technologien und Fähigkeiten hinzugefügt. Kevin Royek, der für das Büro in Pittsburgh zuständige FBI-Spezialagent, fügte hinzu, es gab keinen einzigen Antrag auf zusätzliche Sicherheit, der vom FBI abgelehnt wurde. In einem Wahlkampf-Memo forderten Trump-Beamte gestern Abend ihre Mitarbeiter auf, nicht zu ihren Büros in Washington und Florida zu reisen, während sie die Sicherheit überprüften. Doch die Frage, ob eines der Mitglieder der königlichen Familie zum Ziel des Attentats geworden sein könnte, ist unvorstellbar. Wie wir wissen, befindet sich Kate derzeit nicht in den Vereinigten Staaten und der Schütze könnte ihr in keiner Weise Schaden zugefügt haben. Dann stelle ich die nächste Frage, wer unter den Mitgliedern der königlichen Familie in den Vereinigten Staaten sein potenzielles Ziel sein könnte. Die Antwort liegt auf der Hand. Vielleicht sind es Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle. Könnte das passieren? Gut möglich. Aber wie konnten Mitglieder der königlichen Familie dem Schützen, der Donald Trump ermorden wollte, nicht gefallen? Besonders Kate Middleton. Wir werden die Neuigkeiten verfolgen. Schreiben Sie Ihre Meinung zu dieser Situation. Eine weitere interessante Neuigkeit ist, dass Kate und William ihren Einfluss vergrößern wollen. Im Wesentlichen suchen Prinzessin Kate und Prinz William nach Hilfe, um ihren Einfluss zu maximieren. Und der neue Mitarbeiter braucht seltene Fähigkeiten. Es wird berichtet, dass die Agenten die Suche nach einem Kandidaten für die Position des Assistenten leiten werden, um den Einfluss von Kate und William zu stärken. Kate und William werden nicht direkt am Rekrutierungsprozess beteiligt sein, da die Personalvermittlungsagentur Odgers-Bernson eine hoch angesehene Personalvermittlungsagentur ist. Das königliche Paar hat eine Stellenbeschreibung für den neuen Mitarbeiter veröffentlicht, die ihm helfen wird, ihren Einfluss in allen Ländern des Vereinigten Königreichs zu maximieren. Aber der erfolgreiche Kandidat muss über eine seltene Fähigkeit verfügen. Der Titel des neuen Mitarbeiters wird stellvertretender Privatsekretär sein, der an der Seite des Paares im Kensington Palace in London arbeiten wird. Die Vollzeitstelle wird als spannende Gelegenheit beschrieben, die eine führende Rolle bei der Planung und Durchführung der meisten öffentlichen Veranstaltungen in Wales, Schottland und Nordirland beinhaltet. In der Stellenbeschreibung heißt es jedoch eindeutig, dass ein besonderer Schwerpunkt auf Wales liegen wird und für die Einstellung Kenntnisse der walisischen Sprache erforderlich sind. In der Stellenbeschreibung heißt es, diese Position erfordert ausgezeichnete Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten sowie die nachgewiesene Fähigkeit, produktive Beziehungen zu einem breiten Spektrum von Einzelpersonen und Organisationen aufzubauen. Sie verfügen über einen proaktiven, praxisorientierten Ansatz für die Arbeit in einem kleinen und flexiblen Team sowie über ein tiefes Verständnis der walisischen Gemeinschaften, Angelegenheiten, Regierung und Wirtschaft. In dem Dokument heißt es außerdem, gesprochenes Walisisch ist unerlässlich und fließende Walisischkenntnisse in Wort und Schrift sind wünschenswert. Interessenten müssen ihre Bewerbung bis zum 21. Juli um Mitternacht einreichen. Der Versuch, eine tiefere Beziehung zum walisischen Volk aufzubauen, erfolgte, nachdem Kritik daran laut wurde, dass William nach der Thronbesteigung seines Vaters der Titel Prinz von Wales verliehen wurde. Damals wurde eine Petition gestartet, die die Abschaffung des Amtes aus Respekt vor Wales forderte und von zehntausenden Menschen unterstützt wurde. In der Petition wird behauptet, dass der Titel ausschließlich den Engländern als Symbol der Dominanz über Wales gehörte und diejenigen, denen der Titel verliehen wurde, keine echte Verbindung zu unserem Land haben. Aufgrund der Gegenreaktion bestimmter Bevölkerungsgruppen beschloss William, die traditionelle Initiationszeremonie, die normalerweise in Carnavon stattfindet, abzusagen. Als König Charles 1969 in Wales seine eigene Investiturzeremonie abhielt, stieß er auf Proteste. Das wiederum ist eine weitere interessante Neuigkeit. Prinzessin Kate wird Prinz William und ihre Kinder im August zu den Sommerferien der königlichen Familie in Balmoral begleiten. Balmoral Castle liegt in den schottischen Highlands. Nächsten Monat wird das Unternehmen für eine Woche in den Jahresurlaub nach Schottland reisen und dort etwas Zeit mit der Familie in den Highlands verbringen. Die königliche Familie wird voraussichtlich Mitte August im Schloss eintreffen, nachdem das Anwesen am 4. August für die Öffentlichkeit geschlossen wird. Dieses Jahr wird es eine eher zurückhaltende Veranstaltung sein, bei der sich alle treffen, um sich einfach zurückzulehnen und zu entspannen. Viele von Kates Sommerplänen sind derzeit in der Luft, da sie sich einer Krebsbehandlung unterzieht und während ihrer Genesung von allen königlichen Pflichten zurückgetreten ist. Sie hatte an diesem Wochenende ihren ersten öffentlichen Auftritt seit einem Monat und besuchte das Wimbledon-Einzelfinale der Männer zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Die führende königliche Expertin Jenny Bond sagte, die Reise nach Balmoral sei für die Prinzessin von Wales nach unglaublich schwierigen Monaten von besonderer Bedeutung. Letzte Woche, bevor Kates Teilnahme bestätigt wurde, sagte sie, »Es war ein verdammt gutes Jahr für die königliche Familie und nichts würde dem König mehr Freude bereiten, als als Familie in der Stille von Balmoral zusammenzukommen, um Bilanz zu ziehen und so das Ende zu markieren.« Lassen Sie die unglaublich schwierigen Monate Revue passieren und werfen Sie einen Blick in die Zukunft. Wie Catherine selbst sagte, ist die Behandlung von Krebs mit großer Ungewissheit verbunden und das dürfte sich auch darauf erstrecken, ob sie einen Teil ihrer Sommerferien in Balmoral verbringen kann. Wenn sie geht, wird die ganze Familie sie sicher mit Liebe, Unterstützung und neuer Kraft umgeben wollen. In der Zwischenzeit möchte sie den Kindern nach allem, was sie durchgemacht hat, die Sommermonate so unterhaltsam und unbeschwert wie möglich gestalten. In der atemberaubenden schottischen Landschaft blühte die Romanze zwischen William und Kate auf. Es ist auch für William von Bedeutung, da es der Ort ist, an dem er über den Tod seiner Mutter informiert wurde. Dort verstarb 2022 auch die verstorbene Königin Elizabeth. Während erwartet wird, dass Kate an der jährlichen Reise teilnimmt, werden zwei weitere Familienmitglieder wahrscheinlich abwesend sein. Gerüchten zufolge könnten Prinz Harry und Meghan Markle an dem Spaß teilnehmen und ihre Kinder mitbringen, um die Bindungen zwischen den Familien zu stärken. Eine den Sussexes nahestehende Quelle sagte jedoch, dass dies unwahrscheinlich sei, obwohl der König die Beziehungen zu Archie und Lilibet verbessern möchte. Eine Quelle sagte, Charles möchte wirklich mit Archie und Lili in Kontakt treten und Zeit mit ihnen verbringen. Es ist also möglich, dass die Sussexes am Ende des Sommers, kurz bevor der König nach London zurückkehrt, alleine reisen. Aber das ist angesichts der aktuellen Spannungen höchst unwahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und Kommentare. Freunde, aus welcher Stadt schaut ihr meine Videos? Es interessiert mich sehr. Schreiben! Wir sehen uns wieder! Bis bald wieder! Ja!